Nicht vergessen, Kleiner, alle Zombie-Hurensöhne killen. Feuer frei! Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt zu verrennen. Anker aus und wartet auf euch. Gebt ein Signal, wenn ihr Benzin habt. Kein Problem. Wir besorgen schnell Diesel. Prognose gefällig? Nein. Okay, herzlich willkommen zu Left 4 Dead 2. Seit langer Zeit spielen wir es endlich mal wieder. Die Stubflut heißt die Map. Und dabei Freak Zone. Uhlulu, hallo. Uhlulu, hallo. Voll gut. Ja, wir haben das wirklich ewig nicht gezockt. Dementsprechend... Bangarang. Oh ja, Bangarang trifft schon. Ich hab hier was gefunden. Wir haben auch schon wieder allgemeine Verwirrung. Was denn? Hast du mir Unterwäsche geholt? Ne, die... Oh nein, ich bin runtergefallen. Naja. Ja, nach den paar täglich und geistig umnachteten Anfangsschwierigkeiten, geht es bestimmt genauso chaotisch weiter. Ja, das ist wirklich toll. Ja, es gab gerade ein paar Schwierigkeiten beim Aufnehmen. Interessanterweise wollten wir immer dann neu starten. Und ich hab irgendwann mal einen Shortcut gesetzt, dass ich auf F1... mein... Dein Mikro ist wo? Genau, weil ich... Alter, Tank! Am Stissel. Oh nein, ich hab keine Feuerwaffe mehr, weil ich das Katana... Ja, dann rauf da, ey! Mach ihn fertig! Komm her! Er ist down! Und es war knapp! Oh, wie ist der Sniper? Ja, geil! Ja, Sniper hab ich auch schon. Oh nein! Hunter ist weg, ne? Gar nichts los da, ey! Ich muss mich erstmal wieder auf die Steuerung einspielen. Ja, ne? Voll hart, ey! Raus aus dem Schleim! Ich seh' dafür keinen Grund. Ich steh' da drauf! Also, ich glaub' das wird echt ein bisschen, äh... bewührend jetzt zuerst, aber okay. Ach Quatsch! Das macht ja den Reiz auch ein bisschen aus, ne? Was für'n Reiz? Wir gewinnen! Fertig! Guck mal, das noch einer! Ups, Zaller! Das geht auf meine Kappe! Oh nein, Jockey! Ups, Zaller! Mir fällt grad' auf, ich spiel' gar nicht als Nick! Ich spiel' als... Ich spiel' als Coach! Ja, eigentlich gar nicht so verkehrt! Was? Naja, wie gesagt... Hey, du läufst doch mal weg! Ha, das ist ein Bauarbeiter-Zombie, Alter! Boah, Alter, hier ist so'n... Charger! Hardcore-Klopper! 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 Nebst du da hinten schon wieder deinen Fetisch aus? Der hatte ungefähr die gleichen Maße wie ich! Ich dachte, ich kann mich mal los sagen! Ja, offensichtlich, oder? Obich! 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 Wir müssen, wir müssen Nick beschützen! Das ist das Wichtigste, was wir heute machen müssen! Okay! Ich hab' auch ehrlich gesagt keinen Plan, wo wir langen müssen! Ich glaub, wir müssen nicht hoch! Uh, Leitern können wir auch klettern! Das ist schon mal ein... Och, du Scheiß! Guck mal hinter uns! Wuhu! Okay, warten wir einfach ab! Ich guck einfach nach vorne! Ich hab' ein Schwert! 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 Ich spare' einfach ein bisschen Move! Ach, immer ruft da, ey! Die Map sieht irgendwie ganz interessant aus! Gefällt mir! Wie war'n Spielplatz? Wie war'n Spielplatz? Ich will rutschen! Boah, wie gut! Kann man die Leitung hoch? Jeeha! Voll gut, ey! Ich hab' solche Spielplätze geliebt in meiner Kindheit, ey! Normal! Ich brauch' immer das Größte auf Familienausflügen oder sowas! Ja, Mann! Man wollt' dann abends nun mal gar nicht wieder nach Hause! Nein! Ich will noch nicht! Ich hätte ja gern noch ne zweite Pistole! Ups! Ne zweite Pistole? Ja, ja, ja! Oh Gott, ne Bitch! Ich? Ah! Genau du! Ah! Hau ab, Alter! Bitch! Die hab' ich da gar nicht gesehen! Guck mal, Nick hilft mir! Das ist cool! Oh, ein Jockey! Oh, jo! Hey, mir geht's gar nicht gut! Oh, ich hab' ne Errungenschaft bekommen, Gleichberechtigung! Was? Hey, guck mal, Nick, halt nicht! Nick ist voll gut! Oh, das tut gut! Gleim! Gleim! Da wird jemand angespuckt! Das gehört dazu! Das gehört dazu! Das ist hier normal! Wir müssen übrigens auf die Autos aufpassen, wenn wir da mal raufspringen, ne? Ach, stimmt, wegen dem Alarm und zum Zeug. Ja, Mann! Ach du Scheiße! Bereit für was? Bam, Junge! Alter, von hinten! In der verkackten Anfangsrunde eben gab's noch ne Rohrbombe irgendwie. Alter, dieser Bauarbeiter! Ich hab' auch ne... Ey, ich hab' auch Gleichberechtigung! Sehr gut! Ich will keine Gleichberechtigung! Auch voll aus der Mude gekommen, Elbach! Ja, Mann! Geht gar nicht Geld! Guck mal! Hier geht's los in den Flohmarkt! Oh Gott! Gleich hinter, Schnäppchen abgreifen! Kauf sie mir Unterwäsche! Wie der Steam-Summer-Sail! Es regnet, komm rein! Ich hab'n Klo gefunden! Es ist egal, wo wir hingehen! Das Klo findest immer, ne? Jawohl! Oh, hier ist noch eins! Oh Gott, ich fass es nicht! Ich bin im Paradies! Alter! Oh! Ich hab'n Rohrbombe! Ich hab'n Rohrbombe! Wie zum... 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 Ausverkauf! Zum Sale! Ja! Ja! Na, komm mal hier! Free! Alter! Hier gibt's nen Fernseher für lau! Nimm mit! Oh! Und Waffen! Alter! Waffen hier drüben! Lade! Lade nach! Aber ich bleib' bei der Sniper! Ja! Ich glaub' ich auch! Ich brauch'n bisschen Munition, wenn ich mich irgendwo rumfliegen will! Das wär' auch cool, ne? Oh, es kommt voll viele Jungen! Lade nach! Offensichtlich! Na! Neeeeee! Ich häng' hier irgendwo fest! Wo ich auch... Nein! Mich hat pisst euch! Oh Gott, oh Gott! Uuuuuh! Das... Da ist ein... Da ist ein dicker! Das wär' echt ein bisschen knapp geil! Ich... Muss mich doch mal verarzt, ne? Ich glaub' ich nehm' hier doch ne andere Waffe! Ha! Guck' mal! Rochelle heilt mich! Jeehaaa! Ich hab' ein bisschen länger warten tun, glaube ich! Irgendwo liegt hier Munition! Hier Spülmittel! Hm! Okay! Läuft! Guck' mal jetzt in die Sniper! Du läufst immer durchs Bild! So richtig so... YOLO-Mod mäßig! Ich bin halt ein bisschen aufdringend! Pervers trifft's eher! Hm! 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 Okay, okay! Okay! Ich hab' aber nicht, wenn ich von dir! Das ist ne Bratpfanne! Was? Nicht so nett! Alter! Hier ist ne Dusche! Das erzählen wir besser nicht! Mhm! Achso, ne! Das meinte ich gar nicht! Oh nein! Ich hab' nen Jockey! I'm on the way, Bro! Oh, das war ja einfach! Aber ich mach' hier vorher noch ein paar... Bisschen was für meine Statistik! Woah! Alter, der kloppt die Tür kaputt ohne Grund! Der Penner! Hä? Hier, hier! Oh! Charter! Ja, ich seh' ihn! Oh, verdammt! Nur das war ja einfach! Oh, ging, ne! Oh, da kommen richtig viele! Oh, da kommen richtig viele! Oh, ich weiß, was ich mache! Jeeeehah! Oh, ich hab' ne Boomer-Kotze! Hahaha! Du sammelst jeden Scheiß auf. Ja, normal. Oh, das hat gar nicht alle gekillt, ey. Da ist ein Boomer. Äh, ein Splitter. Und ein Boomer, ja. Iiih, aber ich hab's gesehen. Uh, Statistik. Ohne. Du willst es aber jetzt auch noch die letzten wieder noch wissen, ne? Klar. Uh. Er ist voll einfach, ey. Wollen wir auch schwieriger stellen. Lade nach. Keine Ahnung. Ich hab mein Medi-Pack gar nicht gebraucht. Moment, musst du mich verraten. Du bist ja auch von Rochelle umworben. Ja, nicht nur von Rochelle. Ja gut, äh. Oh, hier ist die geile Autos. Ich wollte die besonderen Dinge ansprechen. So, okay. Wer nicht drin ist, hat Pech gehabt. Lalalala. Lalalala. So, das war's wieder. Coole Scheiße, das lief ja direkt auf Anni. Ja, Mann. Also, wenn's euch gefallen hat, nicht vergessen. Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr sehen wollt, abonnieren. Jawohl. Tüüüü. Tüüüü. Denkt positiv. Vielleicht ist der Helian aus Schokolade.